Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich soll das ein Fahrsinfo-Video werden. Könntet ihr mich einfach daheim hinsetzen und allein schnell runterreden. Und damit geht es. Aber ich bin ein verrückter, wie man hinterher schon gemerkt hat. Und ich meine es liegt jetzt nicht sonderlich Schnee da oder so. Aber dafür schneidet es ein wenig. Ich weiß nicht ob man das jetzt sehen kann. Jedenfalls laufe ich wieder auf. Dort wo wir immer Skispringen oder Skifahren fahren. Und ich werde ihnen einfach etwas erzählen darüber, wie man das vorstellt. Weil jetzt kommt der Winter. Und mal ganz ehrlich, Winter ist doch die geilste Jahreszeit. Schaut sich das schon zu lang. Also kurze Einblendung von voriger Woche. So hat das da noch ausgeschaut. Da habe ich meinen ersten Switch 180 und meinen ersten 3er gemacht. Und weil es so geil ist, hupfe ich gleich nochmal drüber. Der eigentliche Hauptgrund für dieses Video ist, dass ich euch eigentlich nur mitteilen will, dass meine Videos jetzt nicht am Sonntag 12 Uhr kommen werden, sondern Mittwoch 18 Uhr. Und der Grund ist einfach der, dass wir am Wochenend Skifahren sind. Und wenn ich am Samstag Skifahren gehe, dann schaffe ich es einfach noch nicht, dass ich das Video bis Sonntag 12 Uhr geschnitten habe. Jedenfalls kommen meine Videos jetzt immer Mittwoch 18 Uhr. Wenn ich morgen Skifahren gehe, also wenn ihr das Video seht, soll halt die normalerweise Skifahren sein. Dann kommt vielleicht den Mittwoch schon was. Mal schauen, ich weiß noch nicht genau. Jedenfalls machen wir dann halt oft Skivlogs und so. Bin schon richtig gehypt. Und ja, dann würde ich sagen, das war es mit dem Video. Ich fahre jetzt ins Dora in Raja runter. Man sieht es vielleicht jetzt nicht so gut. Egal. Genau die gleiche Location war es beim Startleaving. Wow, ist das geil. Ja, dann gehen wir es auf. Ja, dann gehen wir es auf.